Hallo meine Freunde, da bin ich wieder und endlich wieder mal Ark Extinction. Ja meine Freunde, ihr habt es ja schon bei meinen Brüdern gesehen. Die haben die paar Titans schon gemacht und jetzt kommt natürlich der Endboss, nur für euch. Und natürlich war es das, denke ich mal, mit dem DSC Extinction. Ich bin mal gespannt, was für weitere Projekte es kommen werden. Und zwar bin ich jetzt auf dem Weg erstmal zu Thilo und Gary. Pierre und Nino werden auch mit dazu kommen. Ihr kennt sie ja alle. Ansonsten, wie gesagt, deren Videokanäle sind auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Geht drauf, lasst ein Abo da, geile Folgen, wie immer. Und ich bin echt mal gespannt, das ist das allererste Mal, dass ich einem Titan begegnen werde. Und zwar nicht nur einen Titan, sondern der Boss-Titan. Naja, ich bin mal gespannt. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, werde ich gleich den Wüstentitan, den Desert Titan, lenken. Ich bin mal gespannt. Und ich gehöre endlich zum Trap. Naja, meine Freunde, dann würde ich sagen, bis gleich. Oh, hallo, Goyard. Wie geht's dir? Ja, nice. Warte mal, ich werde den lenken. Ich werde den lenken. Na los, komm, lande. Oh, der bleibt da, bitte. Heilige Scheiße, Alter. Ho, ja. Ho, ho. Okay. Der ist riesig. Alter, ich muss den lenken. Wie komme ich denn? Alter, holy shit. Oh, hör auf dich zu drehen, hör auf dich zu drehen. Alter, was macht der? Alter. Okay, das musste jetzt sein. Rechtsklick. Hä? Was passiert hier? Achso. What the fuck? Nochmal. So. Er atmet ein und danach... Okay. Alter, krasser Scheiße. Ho, ho, ho. Ja, ich... Ich... Alter. Na los, komm. Schlag auf den Boden. Na, komm. Achso. Oh, krass. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, ich würde den jetzt... Übelst... Oh. Krass. Also, da haben sie sich echt mal was einfallen lassen. Äh, warte mal. Äh. Du, wie komme ich denn? Was? Ich habe jetzt schon Schaden kassiert? Soweit bin ich ja gar nicht runtergeflogen. Äh, Hidwig? Hidwig, wo bist du? So, ich muss auch passen, dass ich hier runterkomme. Und zwar ganz normal. Oh, okay. Oder auch nicht. Ja, scheiß drauf. So, wo ist mein Eude? Da. Komm mal her, Eude. Sehr schön. So, jetzt mal kurz zum Desert Titan. So, das ist meine Figur, die ich lenken werde. Oh. Krasser Scheiß. So, das... Oh. Alter. Okay. Das sind wahrscheinlich die Kinder. So. So, Teleporter ist auch drauf. Ja, nice. Das wird... Also, das wird meine Piste sein. Okay. Krass. Meine Fresse. Mal gucken. Linksklick. Okay. Rechtsklick. Achso, warte mal. Rechtsklick hieß es ja und dann linksklick. Okay. Blitze schießt er irgendwie nicht. Okay. Ich merke zumindest nichts davon. So, und auf Leertaste macht er ja die kleinen Babys her. Aber die sind ja schon vorhanden. Boah, bitte nicht runterfallen. So. Aber jetzt muss ich erstmal tickn und so suchen. Auf geht's. Moin. Moin. Hallo. Hallo. Ach da. Ey, was geht ab? Junge, was willst du? Seid ihr bereit? Heetwig. Ja. Ja, gleich, gleich, gleich. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Latoura, du bist bereit, auf der Desert Heize zu gehen? Ja, bin ich. Okay, da geh schon mal hin und portel dich zum Endboss. Werde ich machen. Ich komm mal gleich nach. Jo. Okay, bis gleich. Jo, bis gleich. So, meine Freunde. Ich muss mich jetzt erstmal wegporten. Meine Eule, die bleibt jetzt da, wo sie ist. Ich werde mich jetzt auf den Desert Titan teleportieren. Ah. Sehr schön. Hallo, meine Freunde. I'm back. Ey, mach Platz da vorn. Ach du Scheiße, nee, echt jetzt? Ach du Scheiße, die haben mir noch nicht mal Bescheid gesagt, dass er jetzt kommt. Äh, okay. What the fuck? Was? Alter, wie sollen wir den denn töten? Jo. Meine Freunde. Äh, ne, ihr seht ja gerade selbst. Holy shit. Okay. Reiten. Reiten, Alter, ich flieg hier weg. Ich flieg hier weg. Heilige Scheiße. Die brauchen, die brauchen mich. Alter, die brauchen mich da unten. Ich dreh um. Ich dreh um. Los, komm. Los, go. Immer schön rauf da. Na. What the fuck? Ich, ich. Alter, hier, komm. Meine Viecher, hier. Ich geh mal ran. Ich geh mal ran. Ich will mal gucken, was der so kann. Oh, irgendjemand hat 11.000 abbekommen. Heilige Scheiße. Oh, oh, fuck. Oh. Alter. Tick doch mit seinem. So, los. Komm, Blitze runter. Ja, er kann aber nicht die ganze Zeit diese Blitze machen. Das ist scheiße. Los, rauf da, Freunde. Los. Los, komm. Mehr Blitze, mehr. Ah, guck mal, guck mal. Sieht ihr das an seinem Kopf? Oh, oh, oh. Oh, was macht der, was macht der, was macht der? Heilige Scheiße. What the fuck? Der wollte mich, Alter, der wollte mich abknallen. Hier, komm, rauf da. Hier. Ach, den machen wir locker fertig, Leute. Ja, guck mal, hier gar kein Problem. Ja, zack. What the fuck? Alter, wer macht das von euch? Leute, der kriegt nicht mehr so viel ab. Ach, du Scheiße. Ich muss mal kurz essen. Heilige Scheiße, Alter. Hier, komm, überall, überall, hier, zack. Hä, was, was macht der? Keine Blitzladung mehr? Oh, 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 was sind das denn die für kleine Pisser? Hier, komm, weg damit. What the fuck? Alter. Ja, ja, drauf geschissen. Wir machen den fertig. Ich muss hier raus. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ich muss hoch. Ich muss hoch. Alter, meine kleinen Viecher hier, komm. Ja, komm, kein Problem für uns hier. Hier, meine Freunde, nochmal für euch. Ich greife ihn weiterhin an, aber hier. Alter. Holy shit. Die Frage ist, was, was macht er damit? Alter. Also, irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich gebe am meisten Schaden gerade ab. Kann das sein? Ja, komm. Komm, wir machen den fertig hier. Zack, hier, auf ihn drauf. Hier, auf seine Schultern. Hier, komm. Fetzt ihn weg hier. Oh, what the fuck? Was, was kommt da runter? Was? Oh, fuck. We're safe, Alter. Alter, okay. Das saß, das saß. Scheiße, meine Rüstung. Ach, hier. Ich glaube, Tickner braucht Hilfe. Kann das sein? Achso. Ich glaube, wir müssen da drauf. Hier, komm. Ich helfe mal mit hier. Komm. Komm. Ja, hier. Sehr schön. Alter, wir geben echt viel Schaden ab, ne? Alter, guck. Hier schlägt er vorne immer noch auf den Titan. Ich habe gleich kein Stamina mehr, ne? Hey, die Scheiße. Wie viel Energie hat das Ding hier? So, ich muss... Ich muss mal kurz Stamina aufladen bei mir, ja? Okay, wieder safe. So. Kurz hin... Wie bitte? Alter, ich höre ihn nicht. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Wann ist denn das Ding kaputt? Ich weiß es nicht. Ach, warte. 2900 noch was. Sehr schön. Haben wir jetzt. Haben wir, haben wir, haben wir. Weiter. Los, drauf da. Rauf da. Hier, komm. Donner, Donner. Hier, zack. Ich fliege hoch, ich fliege hoch, ich fliege hoch. Alter. Ach, fuck. Ich darf kein Meteor mehr abkriegen, ansonsten bin ich tot. Ich habe die Hälfte an Energie schon weg, ne? Oh, ich hänge fest. Oh, fuck. Ich hänge in dem Titan. Oh, bloß weg hier. Alter, ich bin im richtigen Moment abgehauen. 21.000. Alter, bitte stipp mir nicht weg, ne? Irgendwie macht er keinen Schaden hier. Mit seinem fucking Donner. Hier, komm. Ich, oder? Ich weiß es echt nicht. Hier, komm. Meine Baby ist raus. Da schlag die die Fresse ein. Ohne Witz. Hier, komm. Wir machen wir fertig. Hier. Wir machen mal die ganze Scheiße hier weg. Boah, fuck. Oh, oh, fuck, 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 weg, 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 weg. Nein. Fuck. Alter, der hat noch so viel Energie. Holy shit. Ja. Hi, hi, hi. Oh, mein hat übelst Schaden gefressen. Mein hat übelst Schaden gefressen. Ich, alter, ich komm hier nicht mehr weg. Ah, er hat mich nicht getroffen, er hat mich nicht getroffen. Sehr schön. Oh, oh. Alter, was macht er, was macht er, was macht er? Ich, ich geh. Ach, er holt hier. Was macht er? Oh, fuck. Oh, weg, 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 weg. Ah. Oh, das war ein guter Hit. Das war ein guter Hit von dem Typen. Oh, fuck. Ja, ich wäre lieber auf den Mech. Alter, mein Titan stirbt. Mein Titan stirbt. Er stirbt, er stirbt, er stirbt. Freunde, mein Titan stirbt. Warte mal. Dead. Okay, wieso haben die noch... Oh, fuck. Oh. Alter, der Titan ist tot. Tick, nur der Titan ist tot. Äh, ja. Na, super. Ich, ich sterbe jetzt. Ja, ich, 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 ich glaube... Alter, ja, auf durchzudrehen, Dicken. Ach, du Scheiße. Ja, wow, 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 wow. Ja, gib mir doch gleich 20.000 Hits ab, ey. Ohne Scheiße. Okay, hat er ja eigentlich. Na klar war ich da. Ah, ich flicke ungenüber seinen Schädel, ne? Ja, ja. Alter, holy shit. Das ging beinahe schief, ne? Ja, und er hittet mich. Ja, war ja klar. War ja klar. Komm. Gott, ist das der letzte Scheiß. Alter. Und noch ein Hit. Ja, komm. Komm. Ja, ohne Scheiß. Der größte Schwachsinn hier. Der größte Schwachsinn, den ich je gesehen habe. Ja, jetzt. Oh, 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 oh. Wenn der zuschlägt. Oh, Gott. Nein, nein. Das schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Nee, das schafft. Ja. Und der saß. Jo. Rip. Der ist Rip. Ja, toll. Super. Super Titan. Super Titan. Ich brauche gar nichts mehr machen. Die Hälfte an Energie. Ja. Ein Hit. Ich brauche nur noch einen Hit, Freunde. Einen Hit. Dann war es das wieder. Ich gebe aber auch keinen Schaden ab mit diesem Titan. Weißt du, wenn ich die anderen so sehe, mit 20.000, 30.000 und meine mickrigen 4.000. Ja, genau. Ich kann nicht. Ja, tank weiter. Schwierig. Das ist, ja. Wir haben noch nicht mehr die Hälfte geschafft. Oh, kriege ich den ab, ist er tot. Kriege ich den ab, ist er tot. Kriege ich den ab, ist er tot. Das war knapp. Da, ja. Da kommt der nächste Hit. Dieser Titan ist der letzte Scheiß. Oh, fuck. Oh, fuck. Raus, 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 raus. Oh, Gott. Wenn die sitzt. Alter, weg da, Freunde. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob ich was abkriege. Ich bin mal echt gespannt, ob ich was abkriege. Alter. Es ist einfach nur Kampf der Titan, aber mein Titan ist der letzte Scheiß. Also, ich kann dagegen nichts machen. Ich kann nur zugucken eigentlich. So, los. Energie. Nimm mal Energie. Nee, komm. Das kann ich vergessen. So, es scheint wieder ready zu sein. So, ich geh wieder rauf. Ach, Mann, ey. Kann der sich nicht irgendwie schneller regenerieren? Oh. Was? What the fuck? Ach, du Scheiße. Jetzt schießt der dreifach. Jetzt schießt der dreimal. Na, super. Hä, wieso? Wieso soll das denn funktionieren? Alter. Der Piers so... Der Piers so langsam. Mach, du Scheiße. Alter, ich kassiere dermaßen Hits, ne? Ich würde ja gerne einen Schaden machen, ne? Aber ich habe nur diese mickrigen Donnerdinger. Aber die bringen nichts. Die bringen ganz und gar nichts. Oh, oh, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich hier nicht irgendwie... Keine Ahnung, was? Oh, fuck. Andere Richtung, andere Richtung. Einschlagen, andere Richtung. Ich würde ja gerne so gerne draufschlagen, ohne Wissen. Das glaubt ihr mir gar nicht, ne? Aber ich kann echt nichts machen. Hey. Okay, ich werde das jetzt anders machen. Ich werde diese Dinge jetzt einfach auf den Scheißkörper pulsieren. Fuck, 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 fuck. Oh Gott. Es sind Teil 3, die jetzt auf mich zukommen, ne? Ja, das sollte er hinauen. Ja, hat funktioniert. Ich kann ihn nur ablenken. Das ist scheiße. Mehr kann ich nicht. Ja, Desert Titan. Ja, der Beste. Überhaupt. Ja? Na, komm, komm. Greif mich doch bitte an. Nicht die anderen, bitte. Greif mich bitte an. Also, ich sehe halt auch keinen Schaden. Ich sehe halt, dass seine Fresse da irgendwie Stromschlag abkriegt. Aber, Alter. Das war's auch schon, ne? Also, mehr macht das Ding nicht. Wo ist denn Gary und so? Leben die noch? Ah, fuck, 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 fuck. Eiea. Uh, what? Ja, da kamen die 3 wieder? Heilige Scheiße, ey. Jupp, jetzt muss ich wieder runter. Ich kriege andauernd Schaden an. Aber wir haben zumindest wieder ein bisschen Energie dazu bekommen, also, ne? So schlimm ist es ja nun noch nicht. Also, allein schafft man den definitiv nicht. Es sei denn, man hat das so verringert vom Schwierigkeitsgrad her. Und benutzt Schieß und keine Ahnung was. Ansonsten schafft man den einfach nicht. Das könnt ihr mir glauben. Den schafft man einfach nicht. Ne, wir sind jetzt hier gerade zu dritt. Ne, nun, Gary, keine Ahnung, wo die jetzt gerade sind. Aber die sind ja auch irgendwo noch. Oh, ich darf nur die Geschosse nicht abkriegen. Wann stirbt der Pisser denn? Der stirbt doch gar nicht. Oh, 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 oh. Oh Gott, ich dachte schon, der kommt wieder zu mir. Aber gleich haben wir ihn wahrscheinlich Also unter die Hälfte, ne? Ist ja schon Ach, guck mal Das sind Tech Racks Ich glaub, das ist von Nino Also wenn ich wieder mehr Energie hab oder so Dann geh ich gern mit drauf Aber so, Alter, überall ist Blut, ne? Alter, mein Titan ist voller Blut Ja, ihr seht das ja schon selbst, ne? Oh Gott Okay Okay, da geh ich wieder mit drauf Ich hoffe, ich Wir schaffen das Schreib da, ja Ich hoffe es Ich brauch irgendwie Energie Aber wie? Wie ist die Frage, ne? Wo sind meine kleinen Viecher? Los, raus da Alter, guck mal, wie viel Schaden er macht Ich will auch So, ein Scheiß Also das könnt ihr mir glauben, ne? Also etwas Schlimmeres bei AK Ich hab bisher noch nicht erlebt Und wie gesagt Das ist mein allererster Boss kam Es ist so laut Wir können weder miteinander reden Oder sonst irgendetwas machen Wir können nichts machen Gar nichts Na los, komm Ihr müsst denken, da er nur auf euch drauf ist Okay Okay Ja So, ich muss Stamina aufladen Wie kann ich die Energie denn schneller aufladen? Wenn der aufwacht, ne? Na los, komm Ich hab kein Stamina mehr Ah, ich hab kein Stamina mehr Komm Stamina, lad Aufladen, 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 aufladen Hä Wo kommst du denn auf einmal her? Ich hab hier Ich mach nur Ich mach nur 4000 Hits Das ist nichts Stamina wieder aufladen, Freunde Ansonsten Geht halt gar nichts, ne? Was ist das? Machen die Viecher denn irgendetwas? Also irgendwie die kleinen Viecher Machen gar nichts Oh, jetzt Ho, 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 ho Los, go, 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 go Ich darf nur keinen Hit abkriegen Dann war's das Ho, ho, ho Oh, ich dachte grad Der lässt jetzt seine Scheiße wieder Zu mich Das, das hätte ich auch noch Arkt zugetraut Dass er mich hier unten Alter Alter, der dreht durch Der dreht durch Habt ihr das grad gesehen? Ich hoffe, ja Der dreht Alter, der dreht ja richtig, der Rad Pass auf Wollen wir mal wetten Der schießt jetzt gleich 6 raus Der schießt definitiv nicht mehr 3 raus Der schießt bestimmt 6 raus Jo, hoch, 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 hoch 1 2 Ah, doch nur 3 Okay, 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 okay So, ein bisschen essen sollten wir ja auch nochmal, ne? So, ich drehe jetzt wieder ein bisschen im Kreis Der verliegt irgendwie nicht mehr an Energie, ne? Oh, 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 oh Wo sind meine kleinen Viecher? Da seid ihr ja Ich schieße zwar die Donnerdinger auf ihn drauf Aber ich glaube, das bringt eigentlich gar nichts, ne? Außer, dass ich ihn vielleicht ein bisschen ablenke Aber sonst Totaler Rotz Leute, schreibt am besten mal in den Kommentaren Wie ihr den Desert Titan findet Also, ihr seht ja Diese Taktik muss ich jetzt die ganze Zeit anwenden Ansonsten, äh Haben wir verloren Na, denn Die benötigen alle Alle Titans Sonst haben wir Keine Chance mehr Und Komischerweise ist echt nur sein Kopf betroffen Wenn ich da drauf schieße Na, ich kann Es ist egal, was ich anvisiere Nooo Oh Gott, bitte keinen Schlag Bitte keinen Schlag Oh, danke Oh, jetzt kommt er wieder zu mir Wacht mal Ah, Zickno kann wieder nicht angreifen Dieser scheiß Titan-Bug wiederum Ah, klasse Das heißt, jetzt springt er und versucht ein bisschen Schaden zu machen, na super What the fuck Ja, dafür kann er aber springen, ne? Mehr möchte ich dazu nicht sagen Irgendwas ist gestorben Okay, das hin und her Portenpier, das bringt es auf jeden Fall Das ist gut, sehr gut Gute Idee auf jeden Fall Jetzt kann ich wieder ein bisschen hoch Ja, sag ich doch Wenn das nicht zu spät war Nee Holy shit Also ich hab keine Lust mehr, ne? Die haben so viel Spaß Die können hitten, wie sie wollen, ne? Und ich kann nur das hier machen Guck mal, ich fliege Oh, jetzt Komm Komm auf mich Komm Komm, du willst mich Komm, du willst mich Definitiv Komm, das weiß ich doch Okay Piers Titan stirbt wahrscheinlich schon fast Deswegen Ah, Piers zieht sich zurück Scheiße Ich mach auch keinen Schaden mehr Er blutet zwar schon extrem Aber der Einzige, der uns retten kann Das ist hier der Ice Titan, ne? Oh, fuck Scheiße Ich würd so gern mit angreifen, Freunde So gern Das glaubt ihr gar nicht, ne? Spuckt er jetzt wieder Spuckt er wieder Spuckt er wieder Ja, guck mal Oh, ich Ey, mein Timing ist so gut Auch ein bisschen weg Auch ein bisschen weg Kriegt man Schweif was ab Dann war's das, ne? Mann, es läuft so gut Und Okay, Piers kommt wieder Piers kommt wieder Piers kommt wieder Sehr schön Oh, Peteranodon, Alter Gebt mir auf den Sack Ja Ob hier greift mit an Sehr schön Alter Nein, nein Boah Ich dachte grad, das wär's jetzt, ne? Ein bisschen weiter oben Und er hätte mich erwischt Das wär's gewesen Das wär's gewesen Jo, Godzilla 2.0 auf jeden Fall, ne? Würde ich jetzt mal sagen Hat was von, ähm Wie heißt das Wie heißt das Der Film nochmal? Ähm Pacific Rim Auch die Allgemein die Titanen hier Auch die Max und sowas Hat alles was von Pacific Rim So, komm Bisschen Energie Schadet der nie Hä? Hä? Macht er nichts mehr? Doch Dachte schon Na, spuckt er wieder? Spuckt er wieder? Ich weiß es nämlich nicht Also, ich muss mich mal kurz drehen Jo, jo Alter, die Der Der hat nur mich Im Auge Leute Der möchte mich die ganze Zeit killen Nicht die anderen Der will nur mich killen Also, das kommt mir zumindest so vor Denn diese komischen Purple Dinger Fixieren nur mich Oh, oder vielleicht hat er jetzt Pierre Mal gucken Ja Hä? Was? Wo will er hin? Hä? Hallo? Äh Hallo? Wo will er hin? Oh Okay, ich dachte schon King Titan Is being drawn Back to the center? Scheiße, scheiße Oh, okay Okay Alles safe Alles safe Nein Oh, fuck Jo, das war's jetzt Das war's Das war's Das war's Das war's Und tschüss Jo, das war's Das war's Das war's Jo Have fun, Freunde Have fun Ihr habt so lange gebraucht Super Danke Jetzt sollen sein Jetzt sollen sie glaube ich alle Dinos Ja Ja, sehr schön Freunde Wir gehen jetzt mit allem drauf Alles was geht So Na, ich bin ja mal gespannt Der, äh Der große ist fast tot Das heißt Du bist Ja, ich weiß Ich hab auch schon gar keine Lust mehr Ey So, Freunde Mal gucken Ich bin mal gespannt Ja, schon gesehen Nice So, Freunde Das letzte Oh, fuck Oh, fuck Umdrehen Nino, dreh um Dreh um, Nino Dreh um Oder nicht Ach, du Scheiße Wenn wir den Schlag Wenn wir das abkriegen Das war's Ach, du Scheiße Das schaffen wir doch nicht Ich, ich weiß nicht Ob wir das schaffen Ich geh lieber weiter zurück Wenn das explodiert Ach komm, wir schaffen das Scheiß drauf Alter, wir schaffen das Ach, du Scheiße Oha Das war's Oh, da kommt die Schockwelle Er ist tot Er ist tot Er ist tot Und ich auch Was machen die denn da vorn Was ist denn das Na los, rein da Na los, spring Ach, Mann Hä, was haben die gemacht Ach, nee Nicht Ja, haben sie echt super gemacht Ja, ohne Witz Oh, das habt ihr echt super gemacht Ohne Witz Ja, dann würde ich sagen Meine Freunde Das war's auf jeden Fall Mit dieser Folge Das Ende war Nicht gerade gut Es hat sich überhaupt nichts gelohnt Ich hatte einen beschissenen Titan Ich hab das Fucking Ende nicht gesehen Das haben die jetzt Sehr schön gemacht Naja Das war's auf jeden Fall Ich hoffe, euch hat dennoch Die Folge gefallen Mir hat sie nicht gefallen Persönlich Wie gesagt Ich hatte einen scheiß Titan Naja Ansonsten würde ich sagen Lasst ein Like da Lasst ein Abo da Schreibt was in den Kommentaren Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Leute Mit einem neuen Projekt Bye bye guys Tschüssi 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 Untertitelung des ZDF, 2020